Now it's time to play Call of Duty Ghosts im Multiplayer. Wie ich spiele die Ämter auf einer schrecklichen Map. Eine Map, die keiner mag und keiner will und trotzdem wurden wir ausgesandt, um hier das andere Team einfach zu töten. Keine Ahnung warum. Ich glaube, uns Soldaten braucht einfach keiner, beidseitig. Und dann wurden wir hier in den Kongo geschickt und jetzt einfach gesagt, ja, killt euch einfach. Und dann sagt, wer zuerst 70 Punkte hat. So, wir fangen schon mal an. Ja, hat er sich direkt drei Meter nach dem Spawn, hat er sich gedacht, oh Gott, hier muss ich mich erstmal hinsetzen, Alter. So eine kleine Pause ist nicht schlecht. Jawohl, die Granate kann mich schlecht. Guter Wurf auf jeden Fall. Und zack, ich bin am Amt. Das machen wir auch mal so ein und chillen. Hier so eine Runde, so machen die das. Hm, das geht ab, Leute. Alles cool. Oh, ist das aber schönes Wetter hier. Schönes Wetter. Da kommt einer von links gleich. Aber immer noch schönes Wetter, habe ich das schon gesagt, dass wir richtig schönes Wetter haben. Zack. So, nutzt mal schöne Wetter aus, sonst kam ich mit meiner doofen Maus nicht weiter runter. Aber da haben wir ihn richtig schön weggekämmt. Hochprofessionell habe ich mir das angeeignet über die letzten Monate Call of Campers. Und, 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 und. Wir bleiben hier am Auto. Die Granate, die da schräg rüberfliegt und irgendwen am Kopf getroffen hat. Das ist auch lustig. Aber ich habe auf jeden Fall wen gehittet damit. Die ist ja noch lange nicht hochgegangen. Okay, hier kommt eine schöne Granate zurück. Muss man ihn lassen. Und wir verziehen uns. Ich hasse diese Ecke. Die ist aber auch doppelseitig nervig und schlimm. Und warum hat der einen YouTube-Button da? Der hat einen Play-Button. Murmele. 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 Freezy Freeze. Wir haben 4-2 und wagen uns hier in den Pixelbrei. Okay, in den Pixelwald. Der Pixelwald. Wen sehen wir? Wo sehen wir? Zack. Ich hasse die Map. Hier kann man doch niemanden auf lange Zeit töten. Hier kriegt man doch nichts gestreakt. Aber hier ist eine Streakt brutal. Also, wenn man hier den Heli hat, dann hat man, glaube ich, so was wie Yvonne, sagten den Fachkreisen. Und hier ist einer von uns. Obwohl auch der letzte, der hier wen gefrägelt hat. Oh nein. Camperscare hier. Camperscare. See, see. Oh. Wollt ihr denn? Oh Gott, oh Gott. Oh, ist das gefährlich hier. Brandheiße Explosion. Und die Granate kommt. Easy kill. Easy. Da lag noch einer. Oh Gott, oh Gott. Ich hab doch da was getroffen hier. Ich hab schon zwei Kills. Hab ich keinen Hardliner drin? Ah ne, der Dog. Klar, der Dog hat fünf. Ich bin doch hier ein richtiger Hardliner. Und ja, wir spielen einfach mal wieder die Ämter. Warum? Ja. Gehopst wie gesprungen, ne? Mal eine andere Waffe am Start. Jeder hat gesagt, spiel nicht die AK. Die AK macht zu viel. Ich komm mit meiner Maus noch nicht zurecht. Ich muss mit, oh Gott. Mit strafen. Und das geht mir gewaltig auf den Sack. Ich muss vielleicht wieder... Oh. Hallo? Was war das denn? Pistolenboy. Bestimmte Deutsche oder so. Smith in Weapon. Ich hab ihn getroffen. Aber er schießt nicht schlecht. Das ist ein Silent Cry. Das ist ein Cry a lot. Okay, hier seh ich keinen. Das heißt, ich bin jetzt tot. Weil hier einer ist. Ah, Buschmann. Du weißt, es ist keine Beleidigung oder sonstiges. Es war ein Mann im Busch. Hm, aber dass ich darüber denke, dass es eine Beleidigung gewesen sein könnte, ist schon wieder eine Beleidigung. Oh mein Gott. Zwickmühle. Zwickmühle. Futzis. Au. Au. Mehr Glück beim nächsten Mal. Warum? Weil der da oben chillt irgendwo. Uuuh. Uuh. Camper raus. Ja. Wenn das nicht wieder Silent Cry ist. Am Anfang habe ich ihn gelobt. Und jetzt ist er zum Hausmeister geworden. Kleiner Baby-Loser. CC! Da hat der Camper sich einfach umgekehrt und hat mit einem Knopfdruck das Care Package geleert. Die Technik war nicht dumm. Und es macht wirklich bumm. Und so holt man viele Kills von hinten herum. Silent Cry, der hier sowieso wieder ein Package gelegt hat, wie ich ihn kenne. Nehme ich mir mal die Leider weiter. Ganz ruhig, ganz ruhig, Junge. Ruhig. Habe ich schon gesagt, dass die Map sowieso nicht leiden kann? Was ein Grund ist, warum ich bestimmt so abkacke? Ja, klar. Jetzt joggen die auch noch hier rum. Der holt aber bestimmt die doofen letzten Kills. Juggerner und Aufklärer ist der Messerjockel. Lasst euch ja nicht jockeln. Ich glaube, da kommt er. Hier kommt aber noch was. Deswegen droppen wir einfach. Ich habe Angst, Mann. Ich habe Angst. Er ist mit dem Messer bewaffnet. Es ist hier nichts zum... Es ist hier kein Wunschkonzert oder so. Und wenn jetzt ein Sniper auf der richtigen Höhe ist, werde ich es sogar gesehen, ohne dass ich wen sehe. Weil ich in den Picks... Nein, in diese Richtung. Was ist das? Oh Gott, der juggert. Der nautet. Den muss ich in den Rücken schießen, wenn er hier hochkommt. Das ist meine einzige Chance. Er ist unter uns. Er ist im Haus. Jawoll! Äh, Jugger, wer? Ding, 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 ding. Und jetzt muss ich auch noch reden. Oncelotten. Ey, 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 rot. Gott, ich weiß nicht von wo. Vorräte bereit zu... Yes! Richtig weggecampt. Also richtig dreckig. Kommt eh nicht an. Krieg ich sowieso wieder nicht. Weil ich so bausi bin. Brauche ich das eh nicht. Shit. EMS spät zur Verfügung. Yeah, es wird so richtig schön, ey. Ich komme hier hoch und explodiere Bombe. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich den Spawn... Spawn drehen, damit hier mehr Gegner spawnen und an meinem IMS nuckeln. Na? Der Röhren-Junk. Camp Granada! Komm, das waren... Oh, das waren zwei gute Heats und... Bam! Oh, wäre der cool gewesen. Das wäre sogar mehr wert gewesen. Also richtig cooler. Oh, das war der letzte Kill. So schnell. Das ist ja eine Frechheit. Wie haben wir gespielt? 15, 10. Ja, richtig schlecht. Und hier, Patient 0, Freezy, du holst dich wieder ein mit gebrochenem Bein. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Team Deathmatch. Da sind wir wieder. Krass, oder? Wir spielen gegen den MOB-Clan und habe in meinem eigenen Squad den LDM-Clan. Also bla bla bla. Und da ich aber denke, oder da ich es hasse, gegen Clan zu spielen, werde ich bestimmt fies auf die Fratz bekommen. Und dann lasse ich mich wieder ragen. Und wenn ich dann einmal richtig am Ragen bin, dann wird auch zu Ende geraged. Gott, habe ich mich erschrocken. Alles klar. Die Deffen ihr Hütchen hier gar nicht am Anfang. Ja, doch, haben sie. Hehehe. Du kommst in den Reihen. Ganz einfach. Kein Geheimnis, Junge. Cowboy Bebop. Wow. Da muss die Granate hin. Ja. Den haben wir aber auch gesehen. Na ja, der hat mir direkt in die Fratz geschossen. Jetzt weiß ich aber, warum ich die Ämter nicht mehr gespielt habe, Leute. Wegen diesem Iron Side. Das hier mal wohl... Le Crepe ist. Zack, Granate ins Haus. Könnte sogar sein. Ist sogar. Oh, Double Dippin. Da gab es Double Dippins. Ach, das kam so von beiden Seiten, ey. Ausrichtung. Ausrichtung. Ja, ich muss mich neu ausrichten. Der Hunibatcher. Ja. Slackjaw Tobacco. Camper. Hit. Da habe ich ihm Greatest Hits gegeben. Ich hasse es. MOB steht für Most on Board. On Win Board. Ja, du Sack. Ach, das war Don Juan. Dona Hun. Ich dachte, er ist Don Juan. Was ist hier los, Nuki? Ich gehe hoch, Mann. Ich gehe doch nicht hoch. Ich gehe drauf. Schlechter Wortwitz. Da oben wieder eine Setcom, oder was? The Wasp. Ich habe wieder was gehittet. Mist, ich wollte genau drauf achten, wo. Warum haben die denn irgendwas vor? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon, komm schon. Oh nein, oh nein, oh nein. Alle rein ins Haus. Kommt in die Häuser. Komm rein, du Guys. Wir deffen den Shit. Die Salbe darf uns nicht hitten. Jetzt verreckt noch keiner. Alles hochprofessionelle Camper, äh, Spieler. Komm schon. Wie lange hält das denn? Das ist ja voll derp. Ein Remington. Nehmen wir doch auch mal. Pa, pa, pa. Wäre gar nicht schlecht. Ist ein Bolzen. Muss ich mir wohl mal die Remi ansehen? Krawall und Remi-Demi? Yippie, yippie, yeah. Yippie, yeah. Die Camper machen ein Spielchen. Hier, hier, ja. Na, er liegt am Boden, ey. Wie ein Fußputzer. Teppich. Lecker. Sacklord. Take this. Bam! Richtig in die Fresse. Double-Dippchen. Erstmal, weißt du, auf den Arsch oder auf den Rücken geschmissen. Und dann direkt explodiert. Du, Gauner. Muss ich gar nichts machen jetzt. Yeah. Through walls. Cowboy, MLB. Wer hängt da? Oh Gott. Oh Gott, was ist mit ihm? Ein Arzt. Sanitator. Ich werde hier abgelenkt. Von miesen Bugs. Oh Gott, der hängt immer noch da. Hallo. Wie soll ich mich denn so konzentrieren? Da hängt jemand genau da. Psycho Sam macht hier mit irgendwelchen Tabletten irgendwelche Geschäfte. Manche Leute, ähm, sagen mir, ich, äh, rushe zu viel. Ich sage, die Gegner rushen zu wenig. Und, ähm, man könnte das Spiel ja zweierlei anpassen. Wenn andere Leute rushen würden, hätten alle mehr Spaß. Wenn alle mehr campen würden, hätte gar keiner Spaß. Ah, hier, guck. Boah, wie er seine Satcom beschützen muss. Das ist der Meister, der Satcom. Hex. Solange ich gewinne, bin ich im Rennen. Und auch wenn die Runde an sich schlecht war, habe ich bis jetzt schon gut gelacht. Und tot. Auf 14 Knecht. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Trinidut. Ja, da oben war natürlich was drin. Aber natürlich war es kein Spieler. Doch, der Satz war in der Ecke. Aber das zählt nicht. Er hatte CC. Und der Clan muss beleidigen. Der Clan verliert. Und, oh, da muss man direkt die Gewaltkolle auspacken. Ja, das ist der Hex. Wie er mir in den Rücken geschossen hat. Ich finde auch, dass hier alle hacken. Also deswegen sind meine Sets am Negativ. Oh Gott, hallo Leute. Lass mich rein, Mann. Oh, das war ein bisschen riskant, ey. War schon Business. Honey Badger. Remington. 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 Okay. Was ist ich? Check den Laptop. Wie geht's gut in den Eingang? Alles klar. Oh, wir brauchen noch mehr Details. Mehr Auflösung. Ich bin Juggernaut. Mein Verdienst. Weil ich so die Tür däffe. Hallo? Wo ist mein Backup? Backup, Backup. Der Juggernaut ist massiv. Für die Föderation. Föderation. Oh Gott, keine Money mehr. Keine Money mehr hier. Oh Gott. Und Broken Lab. Hacks. Für die Federation. Oh nein, die haben eine Sudcom und wir nur einen Jugger. Jetzt wissen die, wo der Jugger herkommt. Sterb, 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 sterb. Jawoll. An. Stop hacking. Hey, Bro. Jawoll. So campen man richtig. Und jetzt jumpen wir eiskalt auf die Streets. Drehen uns um. Checken den Postkasten. Bam, bam, bam. Okay, kommt keiner raus, Mann. Kommt keiner raus. Eiskalt. Äh, eiskalt. Yes. Die hat auch einen Juggernaut, ey. War fast wie so eine Bärenpranke. Sick. Sick. Okay, war eine Kack-Runde von mir. Aber viele Hacker on the road. Ey, geht gar nicht. Überall an. Suck it. Wolverine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Schauen wir wieder ein. Bis dahin. Und... Guck mal. Hex. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guck mal. ingin. llamaine.